... Schön. Beste Bereich. Ach ne komm, ich hol nochmal hier, ne? Ja, okay. Jetzt spiele ich mal Bennett mit der MP, glaube ich. Das zub ich besser. Zweimal muss ich noch. Oh, jetzt konnte ich endlich mal den MP-Meister vom letzten Mal erwerben. Kann ich jetzt auch hier die Angreiferin erwerben? Sehr schön. Sehr schön. Good luck, halt die Fress. TAYU2, warum das denn? Es war Zeit, um die Wohnung zu beschützen, um Mr. Bear sicher zu halten. Nein, das war's nur. Wir haben hier eine Luke an mir, ne? Nee. Hm. Tja, wohin mit Chachanka hier? Sau. Mach mal hier hin. Tja. 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 das steht dabei zwei kommen ja einen habe ich die montagne ich weiß auch nicht warum der andere habe ich gekriegt im und eben nicht den habe ich jetzt getroffen mit kopfschüssen aber er schießt natürlich auch aber was ich ich finde es wenn ich gerade auf monty schießt dann dreht er sie um so so Und dann ist er down. Die Minis waren gebeten. Der Tag war gewonnen. Ich brauche ein Glück, der wird uns verkohlen. Aber wo war der Herr Behr? Oh, hier direkt bei mir. Ach, da wo wir waren. Na ja, wo spawnt man da am besten? Welche Seite ist es? Westseite, also Rapporteingang. Sofuni. 10 Sekunden bevor du spielen kannst. 5 Sekunden, Kinder. Die Hörer haben gebeten, denn sie wussten, wo sie finden, Herr Behr. Ich hatte auch eine Drohne. Die Hörer haben gebeten. Die Hörer haben gebeten. Zweite Fläche. Okay, sind wir auf dem Gang direkt. Die Decke ist zu. Kommt einer. Die zwei sind hier. Mist, ist hier überhaupt nix, ey. Was? Du bist alleine, Gunnar. Die anderen sind immer da. Ich bin auch tot. Der hat an dir vorbeigeschossen, der Wichser. Dieser One-Shot-Dude. Das ist nicht normal. War oben einer? Nee. Ich habe zwar einen hochklettern gesehen, aber die Löcher sind oben zu. Genau, ne? Zwei. Vorsicht. C4. Ja. Hast du dir was schön angeguckt, wie es dahin geflogen ist? Das hat schon geiles. Oh, ein C4. Egal, ich gehe weiter. Der Schlupf hat eine Claymore gelegt. Da ist doch einer. Komm mit! Reloaden! Sehr gut! Deswegen ist hier auch noch mal vier Angreifergeräte, die ihr Chris? Ich denke drei Stück waren es. Ja, oder drei. Deswegen ist Dadger eigentlich gar nicht so verkehrt jetzt hier. was andere macht andere drohen gerade einer ist im objective aber der mann der fast fast im meister werden ich habe die verteidiger geschafft weil ich auch zu einer dings kaputt gemacht habe frost map was gibt es denn da bei blitz für das schild ne ja ein skinschild er war für die m4 zwei drohnen das ist ja schon hier ist die ich habe Das Westen scheint keiner zu kommen. Aber hier Osten, ich... Doch, 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 da kommt der Montagne. Die Luco ist oben auf, Leute. Das ist die Scheiße. Das letzte ist da oben drüber. Das Erfnis ist jetzt so gut. Das ist die Scheiße. 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 Ja. Das war cool. Bilderbuch so blöd dass wir da hinterher gerannt ist. Apropos Bilderbuch passt hier sehr gut.